Guten Tag, mein Name ist Luca Cosmin, ich komme von Deutschland, habe schon gesehen den Doktor aus Angst im Internet, habe schon anrufen, habe schon zu sprechen, habe alles gefragt, habe schon gesagt, ich habe Angst vor einer Spritze, habe schon gesagt, es ist kein Problem, keine Servierung, im Hotel war alles gut, im Transfer war alles gut, die Leute war alles so, war alles gut. Bis zum nächsten Mal.